oh ja liebe leute nach ewigkeiten sind wir back in business wieder bei rocket league und ja auch competitive leider wieder alleine mit einem anderen wagen ich habe meinen style umgeändert habe währenddessen vieles umgeändert bei mir ok das will bitte für ihn gar nicht zerstört werden scheiße hätte ich mehr schwung haben sollen da kann unser anderer typ ran oder auch nicht gehen wir einfach noch mal so dran macht er nichts wenn wir jetzt wenigstens was machst das ist kein problem was macht er musste ich einmal so dran mit er so dran das aber kein problem relativ gut dann hat er wenigstens noch mal zurückgepämpft so kann zumindest sagen im normalfall bin ich bissel vorsicht vorsichtiger und auch bissel souveräner was eigentlich competitive angeht leider bin ich da muss er da dran schießen wir gleich in die richtung wird zum glück nein nicht so billig bisher hat sich unser teammate nicht so extrem eingeschaltet aber gut kann ja sein dass er auch sein erstes match heute macht will ich mache gerade mein erstes match heute also würde mich wundern wenn ich eigentlich gleich gewinnen würde weil so gut bin ich eigentlich jetzt auch wieder nicht aber man kann ja nie wissen wieder in die richtung scheiße alter komm du musst kurz dann springe ich einfach nur so rein hat sogar seinen sinn und zweck erfüllt wenn jetzt der andere nichts verhandeln geht spiele ich den wenigsten mal hoch ich habe irgendwie angst tief zu spielen bei einem team kollegen ja das reicht nie im leben aus jetzt komm das zu fassen dann hätte ich nicht zurückgehen sollen gut 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 nach vorne gespielt ich spiele wieder zurück aus ich kann nie drum mehr am ende ich bin verdurstet wenn dessen da gehe ich nicht dran jetzt oh gott jetzt komm schon das kann auch nicht sein dass werden dann aufnahmen ich dann solche fails macht warum ist das wenn der aufnahme passieren sonst läuft immer alles perfekt und jetzt bei einer aufnahme läuft wieder alles schief was schief laufen kann geil freut mich ja jetzt schon und ich komme auch nicht mal das macht unser teamkollegen nie da gebe ich doch nicht auf alter jetzt kommt schon der fährt davon langsam der will zum nitro der will zum nitro ich glaube ich bin hier na egal okay wenigstens hat er jetzt eine aktion gemacht bin ich schon mal zufrieden dich lass ich jetzt nicht raus alter machst du mach mir noch mehr angst komm werd aggressiv wir sind zu 3 0 hinten werd doch mal endlich mal aggressiv oder so und statt hinten zu sein du kannst anscheinend nicht mal hinten spielen doch wenigstens einmal wow das hat er schon gesehen dass ich da war spiele ich jetzt mal vorsichtig ok den macht er hoffentlich boah nee das gibt's doch wohl nicht wir hätten schon längst führen können oder so oh muss man trotzdem oh scheiße eine aufnahme diga spin-twist-in-turtle oh in die boah erstes match das sieht man was denn eine scheiße das ist ich werde jetzt aber nicht deswegen aufgeben in Zukunft werde ich auch eher mit anderen aufnehmen so ein Vorfade warum soll ich den aufgeben wieso soll ich den wohnen wieso soll ich den wohnen gehen ne dachte ich könnte ich noch dran super ich sollte vielleicht nicht mit dem ersten match am Tag überhaupt hier so ein LP starten na gut muss man sagen sie haben GG gemacht muss man so schreiben einfach ein GG für die wir haben echt gut gespielt passiert halt ne andere das sollte halt echt chillen weil das hat mir echt nicht gefallen also ich also es kann sein dass dann also er ist auch anscheinend ein besserer Spieler als ich von der Punktezahl her ähm es kann auch einfach sein dass wir einfach gar nicht harmonieren das ist das Problem auch weil normalerweise sage ich jeder der irgendwie so einen bestimmten Rang hat der hat auch die Möglichkeit irgendwas zu reißen aber das habe ich bei ihm jetzt nicht so gesehen diesmal sind wir wenigstens bei ganz anderen Leuten es war wenigstens gut so können wir wenigstens chillen ne ach komm warum spiele ich nicht hoch egal da muss der andere dran den hat er doch nicht versemmelt alter dann geht ran danke wieder rückwärts rückwärts scheiße nicht die schnellere Drehung hinbekommen müssen danke alter danke ich musste die irgendwie austricksen irgendwie hat genau dieser scheiß Schuss sie genau ausgetrickst und dann konnte ich alleine schön beenden ich weiß nicht ob man jetzt einen Skillunterschied im Vergleich zu den alten Videos was ist ein alten Video so alt sind die jetzt auch nicht aber wenn man da jetzt einen großartigen Skillunterschied sieht also wenn ich so etwas mache auf jeden Fall nicht sorry ich habe ihm genau sein Nito geklaut richtiger Pool move deswegen muss ich hier ein muss ich hier wenigstens oh danke was machst du ihn äh was macht denn der Rest okay spiele ich mal so zumindest in die Richtung aus der Position war jetzt so schnell zumindest mit meinem jetzigen Skill noch nicht nee es kommt schon das war doch verteidigungsmöglich die beschweren sich letztens echt alle das sind wir bei den Aufnahmen warum auch immer ja sowas sowas kann man reinmachen alter ja da habe ich hier kein Problem mit wenn man mir so eine gute Vorlage gibt muss ich nochmal sagen guter Pass weil der war echt übelst gut das war halt echt die perfekte Vorlage aus meiner Sicht also da musste man nur noch einen rückwärtssalter machen bam war da drin alter der eine hat echt einen Pink alter das heißt wir spielen oh guter Pass schon wieder mal der eine hatte wahrscheinlich Pink und versucht das gerade zu retten dann hat er jetzt wenigstens ein 300er Pink 100er jetzt hat er auch einen guten Pink wahrscheinlich da irgendwas angehabt wahrscheinlich hat Steam Updates gemacht oder so das kann sehr gut möglich sein da sollte er alleine hin da schmeiß ich mich nur rein weil scheiße fuck okay kein Problem kein Problem ich chill hinten zuerst mal lass ihn zuerst mal allein machen scheiße ich wollte es unbedingt probieren war die falsche Entscheidung im Nachhinein alter den hätten wir es echt gut haben können zum Glück war ich da im Weg ey gut dann mach du ihn ich hab irgendwie kein Nito guter Schuss muss man sagen er hat irgendwie sich alleine durchgesetzt einer hat immer noch ein bisschen Pink aber eigentlich noch gerade so in Ordnung mit 100er aber gut darauf kann man glaube ich gar nicht mehr reagieren schon bei 100er aber der seiner ist mal 60 also der hat auf jeden Fall der eine oh 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 eigentlich wollte ich gerade die Freistoßmethode benutzen die ich so von anderen Typen kenne da gehe ich noch nicht okay er geht rein alter sorry also gerade bei verteidigungstechnischen Sachen bin ich echt ultra behindert sieht man leider noch zu gut gut danke alter der hat immer Boosen ich hab irgendwie gar keinen schade hätte ich mich wahrscheinlich einschalten müssen aber ich gehe da nicht zu nah dran wegen dem Risiko dass da irgendwie ein Tor entstehen könnte scheiße ist ja nichts gut das passt alles ich stehe mal wieder hinten gut fuck fuck na gut viel Spaß wenn ich den so reinbekommen wäre es ein Wunder mit dem wenigen Nito ja das habe ich mir gedacht dass er auf jeden Fall hat er vorhin einen guten Kost gemacht ich dachte er wird irgendwie da na gut halt nicht na gut dann spüren wir den halt safe runter ja so auch wenn ich am Anfang nicht gut gesaved habe wie man weiß ähm hat trotzdem alles richtig gut funktioniert aber gut manchmal funktioniert besser manchmal schlechter machen wir noch ne also wenn ich so zumindest spiele aber gut das eine mal hat er so eine perfekte Vorlage gemacht er hat halt daneben geschossen aber es war halt für mich die perfekte Vorlage halt einfach nur sowas habe ich bisher noch nie gemacht aber sowas weiß man irgendwie instinktiv in der Zwischenzeit weil das dann muss man echt sagen Rocket League ist einfach auch zum Teil ein Spiel wo man einfach spielt und dann weiß man es irgendwann weil man spürt es irgendwann man weiß wie man damit umgeht und dann hat man auch keine Angst solche Bälle einfach so zu spielen finde ich zumindest natürlich muss ich schießen so viel weiß ich schon selber oh ich muss das selber wenn dann zum Teil haben dass hier gerade noch ein bisschen Nitro einsam scheiße äh schade jetzt stehe ich erstmal hinten sind wir noch vorgespielt worst player EU ich sehe gerade den Namen hier Vorlage oh kein Problem man oh der wollte dribbeln der eine das kann ich halt bisher noch gar nicht das dribbeln dass ich versuch's Flanke kommt ah nee kommt nicht jetzt nein fuck so scheiße er hat what the fuck ich hätte oh wenigstens dazwischen geschmissen auch wenn das nicht ausreichend war oh fuck ich hätte ich hab gedacht ich würde ihn noch mit letzten handtisch oh warum geht er oh oh danke guter Pass keine Ahnung wer das war aber es hat auf jeden Fall ausgerecht also weil ich da selber ich wusste auch nicht warum der eine drüber hinweg springt ich weiß nicht warum ich wusste nicht was er da auch an cool fand aber wenigstens haben wir unser verdientes Tor von gerade eben in dem Sinne gerade eben hatten wir ja so eine mega Chance oh okay da kommt nein nein scheiße kein Problem da hätte er dran gehen müssen aber hat schon sein nie toter Forscher schwindet oh scheiße ja gut was soll man halt machen okay ich soll schießen gut danke für die Info sonst bin ich einer der eigentlich automatisch schon zurück geht heutzutage also weil ich einer bin der sowas eh nicht kommuniziert und ich weiß dass die meisten eh nur drauf gehen oh gut gut scheiße Nitro Nitro ich müsste nicht sagen Boost aber gut ich sag immer gerne Nitro dazu na eher Need for Speedler hinten lasse ich ja scheiße alter was da hinten einfach abgehängt ach so was finde ich lustig sowas sind nicht am Ende lustig deswegen spiele ich Rocket League auch zum Teil weil egal oh 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 god die RG dran für mich bei so etwas oh fuck oder was was ist das 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 Alter ah da komme ich nicht dran die musst du haben die musst du haben danke sagt sagt alter alter hier verteidiger halt sollte er kommen genau sowas kenne ich halt schon fuck jetzt soll ich nichts auf den Kopf hören alles kein scheiße hat einfach gar keinen Schwung mehr oh god jetzt kann ich gar nichts mehr auf den Kopf hören hören nein okay den sollte er haben gut oh das war knapp GG Liga rauf okay jetzt hab ich doch mal vielen Dank dass ihr in diesem Part dabei wart bei let's play ähm Rocket League und wir sehen uns im nächsten Part wieder vielen Dank und ciao ciao